Deutschland bleibt größter EU-Nettozahler, schwächelt jedoch. Im Jahr 2020 zahlte Deutschland insgesamt 25,5 Milliarden Euro in den EU-Haushalt ein, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dennoch bleibt Deutschland der größte Nettozahler innerhalb der EU. Trotzdem profitiert Deutschland auch von seiner Rolle als größter Nettozahler. Durch seine starke Wirtschaftsleistung und Exportindustrie profitiert das Land von einem funktionierenden Binnenmarkt und einem stabilen Wirtschaftsraum. Es ist wichtig anzumerken, dass die EU-Beiträge der Mitgliedsländer nicht nur dazu dienen, den EU-Haushalt zu finanzieren, sondern auch zur Förderung von Projekten und Programmen in den Mitgliedsländern beitragen. Deutschland ist somit auch Empfänger von EU-Fördergeldern. Insgesamt zeigt sich, dass Deutschland trotz des Rückgangs seines Beitrags weiterhin eine bedeutende Rolle innerhalb der EU spielt und von der Mitgliedschaft in der Europäischen Union profitiert.